Ich bin Tobay, der geilste Macker in the Hood. Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Kanal. Ich bin der Tobay und in diesem Video möchte ich mich in diesem Kanal kurz vorstellen. Kommst mit? Zuerst ein paar Worte zu diesem Kanal. Der ist nämlich voll mit zufälligem, unkreativen und wahrscheinlich absolut unlustigem Müll, der sich in zufälligen, undefinierten Abständen aus meinem Gehirn raus ergießt. Der Kanal ist in keinem Falle zielgruppenorientiert, und kein Stück SEO-optimiert. Aber das ist okay, weil ich mich gerade noch in so einer Findungsphase befinde. Mit Life Crisis. Nichtsdestotrotz lade ich dich natürlich trotzdem ein, dich meinen Ergüssen hinzugeben. Und hey, vielleicht findest du ja auf diesem Kanal irgendwas, was dir taugt. Hier, schau dir zum Beispiel das hier an. Luigi, please! Why, I'm never the hero! Please, put down to the scotch! Give me the scotch, give me the bottle, Luigi! No. Oder das? Doch das Baby ließ sich Zeit. Die Woche verging und eine weitere begann. Mit jedem folgenden Tag verschlechterte sich die Laune der werdenden Mutter. Oder das? Heia! Oh oh! Vielleicht aber auch eher das? GIGA-FIST-BREAKER! Absolut Award-verdächtig. Like, comment, subscribe! So, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Wie ich schon sagte, bin ich der Tobay. Und ich befinde mich gerade in der Mitte meiner 30er. Für viele von euch gelte ich damit also sicherlich schon als Eiter-Sack. Doch HALT! Das ist nicht die einzige Rolle, die ich einnehme. Hier sind noch ein paar andere. Programmiere. Hm, vielleicht wenn ich hier ein paar Bytes shifte. Scheiß! Vater. Oh! Hilfe! Ehemann. Mach mal mal. YouTuber. What's up, YouTube? Like, comment, subscribe! Bitte! Geilster Macker in the Hood? Ich bin Tobay, der geilste Macker in the Hood. Brighter. Sein Herz raste. Schweiß lief ihm in Strömen über den ganzen Körper im Angesicht seines prallen Videogame-Gewinn. Was? Dachtet ihr, ich hocke nur am PC rum? Und gerade letzteres ist besonders wichtig, denn ich habe einen Traum. Aber dazu später mehr. Wenn dir die Aufnahme dieser Ausprägung von geistigem Chaos zusagt, dann lass doch ein Abo da und schau vielleicht auch mal bei meinem kleinen Discord-Server vorbei. Den Einladungslink für das ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Dort kannst du direkt mit mir Kontakt aufnehmen und mich vielleicht dazu überreden, an welcher Art von Content ich als nächstes arbeiten soll. Des Weiteren organisieren wir dort des öfteren Spieleabende oder auch andere Aktionen, die ernstere Intentionen haben. Also dann, ich freue mich auf deine Views, deine Likes, deine Kommentare und darauf mich mit dir in einem Wettstreit mentaler Flatulenz messen zu können. Bis neulich. Mach's gut. Howdy, Pikachu. Dieser Tribette scheint ja wirklich nicht mehr alle Apple-Anhöger Krone zu haben. Vielleicht sollten wir wirklich einen weiten Bogen um seinen Content machen. Was meinst du? Peekaboo! Peekaboo!